Jo, hi Freunde, in dem Video geht es mal um den Sonderpreisbaumarkt. Da wurde heute Nacht vom lieben Skorp ins Feuerwerkforum den Prospekt hochgeladen. Es gibt Leslie, Keller, Komet oder mittlerweile ist ja Keller von Komet übernommen worden. Ja, es gibt Batzen, Verbünde, Fontänen, einzelne Sortimente, Böller, Rölys und so weiter. Vorab bleibt zu sagen, ich werde nicht wirklich auf die Verbünde eingehen, einfach weil die mich nicht interessieren, weil ich die nicht verfolge und auch nichts zu den einzelnen Artikeln in den Verbünden sagen kann. Ja, wollte ich nur mal vorab sagen. Dann wollte ich euch noch informieren, dass der liebe Fireworks in Balloons, also der Nico, ein eine Minute langes Video hochgeladen hat auf seinen Kanal. Das findet ihr ebenfalls auf meinem, weil es soll geteilt werden. Es geht darum, dass halt die Leute immer mehr nach einem Feuerwerksverbot brüllen und das jetzt gerade zu Corona so sehr die Krankenhäuser angeblich entlasten würde. Ja, auf jeden Fall mal anschauen. Sehr interessantes Video, auch gute Argumente, was gegen das Verbot spricht. Gerade für uns Pyros ist das ja jetzt gerade ganz knapp an Silvester extrem ärgerlich, wenn es dann doch noch zu einem Verbot kommen sollte, was wir alle nicht hoffen. Genau, da wollte ich euch mal kurz drüber aufklären. Das Video sowie den Link zum Download findet ihr auch unter meinem Video. Das ist die komplette Beschreibung, die ich dann von dem Nico abkopiert habe und bei mir reingesetzt habe, damit ihr auch die einzelnen Links habt, die einzelnen Quellen, wo das entnommen wurde, dass ihr da Bescheid wisst. Gerne auf jeden Fall runterladen, bei euch hochladen in Social Media, Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, was auch immer ihr alles habt. WhatsApp-Status von mir aus auch. Genau, und dann fangen wir jetzt hier mal an. Da haben wir, wie gesagt, den Sonderpreisbaumarkt. Als erstes haben wir hier einen fetten Verbund von 90 Euro. Man spart angeblich 10 Euro Effekthöhe, 15 bis 20 Meter, 144 Schuss. Das kann natürlich nur eine Batze sein. Das ist die Präsident Pyro oder Präsident Pyro, wie man sie aussprechen mag. Hier oben 336 Schuss, 4 Minuten Brenndauer, 150 Euro. Also, ja, 3,7 Gramm NDRM ist natürlich schon ordentlich. Wenn die Effekte, die da rauskommen, so wie die hier aussehen, so auch sind, auf jeden Fall einpacken. Wer natürlich das Geld hat und das ausgeben möchte, bleibt natürlich zu sagen. Ich würde beides nicht kaufen. Gerade bei der Präsident Pyro ist es halt schade, aber ich will halt nicht so viel für einen einzelnen Verbund bezahlen. Ich habe halt lieber viele kleine Artikel. Dann haben wir hier die XXL-Show. Ja, meiner Meinung nach zu langsam, 48 Schuss auf 120 Sekunden. Effekte sind natürlich schön. Daneben haben wir für 30 Euro die Himmelsfeuer. Fächerbatterie mit 36 Schuss. Ist ein schönes Teil. Könnt ihr euch gerne mal den QR-Code, dann, wenn ich das Prospekt in die Beschreibung haue, euch angucken oder halt generell auf YouTube mal eingeben. Wem es gefällt, der kann es sich dann auf jeden Fall mitnehmen. Starke 19, würde ich eine Kaufempfehlung für aussprechen, 5 Euro. Man spart angeblich 2 Euro, sind eh nur psychologische Tricks. Die wird wahrscheinlich das letzte Jahr schon das gekostet haben. Ja, 19 Schuss, 25 Sekunden. Einpacken. Dann haben wir hier die Laufschub. Scheint mir nach links und rechts gefächert zu sein, leicht. Ja, 17,95, 82 Schuss auf 400 Gramm nicht mal. Ja, erwartet da nicht zu viel. Holt euch dann lieber irgendwelche einzelnen kleinen Batzen, so wie das hier. Habt da mehr von. Ja, gerade für 18 Euro, da kann man nicht so viel erwarten. Gehen wir mal auf die nächste Seite. Da haben wir hier Thunder Kong. 50 Stück, 18,88. Kann man auf jeden Fall nichts verkehrt machen. Extrem laut. Ja, sind schon laut, aber jetzt so extrem laut, wie es hier so dargestellt wird, ist es natürlich nicht. Ihr 50 Schuss. Lauter Blitzknall und silberne Sterne ist die Effektangabe. XXL Großpackung. Ja, 50 Stück. Wie gesagt, kann man einpacken. Dann haben wir hier den Leuchtangriff. Ist halt wieder ein Verbund. Werde ich nicht wirklich viel zu sagen. Ihr habt hier drei Batzen drauf. 86 Schuss, 64 Sekunden Brenntauer. Ca. 1,1 Kilo NEM. Powerblock, 25 verrückte Effekte, also 25 Schuss für 9 Euro. Ja, ist ein interessanter Artikel, aber die Ausbreitung ist halt nicht so gigantisch. Für 9 Euro kann man da auch nicht so viel erwarten, aber es ist allemal ein schönes Teil. Kann man sich einpacken. Dann haben wir hier das Glitzerkommando. Ist halt auch wieder ein Verbund mit drei Pyromult Batzen, 75 Schuss. Ja, 45 Sekunden Brenntauer oder 46. Ja, plus, minus, 3, 4 Sekunden kann man da immer rechnen. 23 Euro. Ja, dann holt euch lieber irgendwelche einzelnen Batterien. Da habt ihr mehr von. Dream Theater. Wohl ein Zweierverbund. 700 Gramm NEM. 28 Euro circa. Ja, ist nix für mich. 96 Schuss hat das Ding. Ja, kann man auch nicht so viel erwarten. Wie gesagt, das ist ein Verbund und Verbünde sind halt nicht so meins. Deswegen verzeiht, wenn ich da nicht so viel zu sagen kann. Nightliner ist auf jeden Fall ein schönes Teil. 24 Euro. Ja, klar, genau. 24 Schuss, 7 Euro. So rum. Kann man sich einpacken. Ist ein geiles Teil. Hat Quackling. Ja, leichte Ähnlichkeit zur Alligator. Will ich schon fast sagen. Aber das Ding ist auf jeden Fall auch mal eine Kaufempfehlung wert. Hell on Earth. 450 Gramm Batze. 36 Schuss. 35 Sekunden Brenndauer. Geht gut zur Sache, das Teil. Aber ich persönlich würde dann halt dann lieber zur Black Ice aus dem Lidl greifen. Da habt ihr 47 Schuss. Und ist natürlich auch nur 14 teurer. Und es macht halt einfach Bock, das Ding zu zünden. Dann haben wir hier ein kleines Sortiment. Mit 7 Raketen, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pro Rakete kann man Euro rechnen. Dann haben wir hier eine Fontäne. Das ist, glaube ich, ein Jugendfeuerwerk. Ein paar Böller. Rölys. Ja. Man kann es mitnehmen, ja. Aber man könnte auch am Preis noch was machen. Gar keine Frage. Terabyte. 6 Euro. 25 Schuss. Mitnehmen. Rote und goldene Palmeffekte. 23 Sekunden Brenndauer. Auf jeden Fall einpacken. 170 Gramm ernähren. Für die, die es interessiert. Dann haben wir hier die Night Battle. 3,50 Euro. Würde ich dann eher zur Alligator schon greifen. Aber für die, die mal Komet war, rausprobieren wollen, kann die sich auf jeden Fall mitnehmen. Effekthöhe ist 45 Meter. Ja. Ist auf jeden Fall auch ein schönes Ding. Ich habe es mir schon angeschaut. Dann haben wir hier das Megaset. Mit 2, 4, 6, 8 Raketen. Pro Rakete wieder in Euro. Rechnet man circa. Dann haben wir hier ein paar Vulkane. 2 Mal Rölys. Vesuv, Fontänen, Feuervögel. Ja. Kann man sich einpacken? Keine Frage. Da müsste man jetzt halt nur wissen, was hier unten noch ist. Knallerbsen scheint nicht drin zu sein. Ja. Kann man sich einpacken. Auf jeden Fall. Man kann aber auch zum Fire Fantasy greifen. Hat man auch 7 Raketen, glaube ich. Auch so ähnliche Bestückungen. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber für die, die es mal testen wollen, könntest du es einpacken. 20 Euro, was davor war, ist es auf keinen Fall wert. Dann haben wir hier das Juwel. 21 Raketen. 20 Euro. Kellerraketen finde ich super. Gerade die Kugelkopfraketen finde ich geil. 20 Euro kann man sich einpacken. Geht natürlich auch günstiger. Neufritete hatte ich auch schon des Öfteren. Wir haben 2 Kugelkopfraketen. Insgesamt 10 Stück. 8,99 Euro. Da ist kein Euro gespart. Das kostet immer 8,99 Euro. Ich habe es noch nie für mehr gesehen. Außer Online halt. Ja, kann man sich einpacken. Gute Raketen. Auch Kaufempfehlung meinerseits. Dann haben wir hier die Blue Mamba. 252 Schuss. Verbund. 19 Euro. Kann man nicht viel erwarten. Kommen nur Kometen raus. Da würde ich mir lieber so ein kleines römisches Licht kaufen. Diese Röli-Batterien da. Wie wir sie auf der nächsten Seite hier schon sehen. Sowas würde ich mir dann näher holen. Genau. Dann haben wir hier die Steam. Ultra-Power-Batterien mit Rot-Knallsterne, Silberglitzer und Crackling-Effekten. Ja. Ist super Teil an sich. Aber für 13 Euro, da kriegt ihr schon Besseres definitiv. Gerade für die Leute, die Kometen eh nicht so mögen, greift ihr lieber zu anderen Artikeln. Keine Kaufempfehlung sind die Riesen-Kanonschläge. Die sind nämlich Riesen-Schrott. Den Knall sucht man hier vergebens bei den Dingern. Ich hatte die mal aus dem Penny. Das sind so ziemlich die gleichen. Auch 6 Stück. 4 Euro. Äh. 3 Euro. 2,940 haben sie da sogar nur gekostet. Verpuffer. Knall extrem leise. Wenn denn einer kam. Oder sie sind gar nicht erst losgegangen. Oder es hat, ja. Die Zündschnur haben dann nur 2 Sekunden gebrannt. Dann sind die ausgegangen. Und es ging gar nichts mehr. Also lasst liegen. Den Schrott. Dann haben wir hier Superböller B. 8,99. Kann man auf jeden Fall einpacken. Gar keine Frage. Also Superböller 2 sind das. Kann man auf jeden Fall einpacken. China Böller D für 5,99 würde ich jetzt nicht mitnehmen. Die gibt es auch schon teilweise, wenn ihr Glück habt, irgendwo in Läden für 3,99. Oder halt 4,99. Wie sie beim Netto kosten. Diese China Böller D hier. Also den Schinken. Ja. Aber an sich sind die Kellerböller auf jeden Fall gut. Wer es halt unbedingt haben will, das Teil. Und kein Netto in der Nähe hat. Kann sich die auch mitnehmen. Klar. Aber es geht halt günstiger. Haben wir hier Cubic Thunder. Drei Kubis. Sind schöne große Cubis. Auch mit sehr lauten Knall. Dann haben wir hier die Moskitosturm. Oder wie auch immer sie sonst wie heißt. Die gibt es ja von zig Anbietern. Und hat diverse Namen. 300 Schuss Heuler Batterie. Ist nichts für mich. 8,99. Aber ist so der gängige Preis. Oder 8,88. 8,99. Ja. Für die, die es mögen, ist es eine Kaufempfehlung. Dann haben wir hier die Big Whoppers Tube. Auch von Leslie natürlich. Ja. 3,88 Euro für 6 Stück. Ja. Man kann es machen. Klar. Für die, die nicht online bestellen. Und sich dann diese fette Packung mit 25 Kugeln holt. Haben eine krasse Ausbreitung. Schön laut. Definitiv eine Kaufempfehlung. Fliegergeschwader. Vier kleine Vögel. Mit bis zu 10 Meter Steighöhe. 2,59. Sind auch schöne Teile. Definitiv. Generell alle Flieger sind schön. Für den Preis auch gerechtfertigt. Auf jeden Fall einpacken. Dann haben wir hier Röhlis. Drei Stück mit jeweils 20 Schuss. Für 2,22. Für die, die es mögen. Klar kann man einpacken. Man kann auch hier so einen Skybanger holen. Ja. Aber römische Lichter sind ganz cool für zwischendurch. Zum Warmschießen. Oder wenn man mal so eine Runde drehen möchte. Dann haben wir hier die Booster von Comet. Da dachten viele, es wären die Future Rockets. Sind es leider nicht. Sind andere Effekte. Aber auch 30er Millimeter. Einschuss halt. Bombenohre. Extrem krasse Ausbreitung. Und sehr laut. Definitiv eine Kaufempfehlung. Vier Stück für 6 Euro. Und 200 Gramm NEM. Also die Folgepumpt bis oben hin. Dann haben wir hier noch. Zu guter Letzt die Skybanger. Ist, wie schon angesprochen. Eine kleine Röhli-Batterie in Anführungszeichen. Mit 175 Schuss für 4 Euro. Kann man sich auf jeden Fall einpacken. Klar. Für die, die es mögen. Noch zu guter Letzt den Meteor Storm. 27 Raketen für 12 Euro. Ja. 30 Meter Steighöhe. Die werden alles andere als fantastisch sein. Da kann man nicht viel erwarten. Bouquet wahrscheinlich sehr klein. Ich werde mir die auch gleich nochmal im Nachhinein anschauen. Weil ich glaube, das habe ich schon mal gehabt. Oder gesehen. Das Paket. Und das war nicht so toll. Standzeit wird nicht toll sein. Bouquet sehr klein. Kein Zerleger wird das haben. Ja. Genau. Und das war dann auch der letzte Artikel. Es gibt auch einen Bestellschein. Der ist jetzt hier nicht mit hochgeladen. Den findet ihr hier im Sonderpreisbaumarkt. In dem richtigen Prospekt. Ich werde euch das von dem Forum verlinken. Und ich werde euch auch das hier verlinken. Da schauen wir mal eben nach hinten. Genau. Hier war er schon. Hier der Bestellschein für die, die es interessiert. Ja. Genau. Dann war es das auch schon wieder mit dem Prospekt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr da irgendwelche anderen Prospekte schon gefunden habt für das diesjährige Silvester. Und ja. Genau. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Video. Ciao.